Wir werden heute in der Fraktion über die Situation in der Flüchtlingsfrage natürlich sprechen. Und Sie wissen, CDU und CSU haben sich am Wochenende sehr intensiv miteinander ausgetauscht und Positionen entwickelt, die eine Agenda darstellen für die Bewältigung dieser Situation, dieser großen nationalen Herausforderung. Die Ziele, die wir haben, heißen, dass wir die Fluchtbewegung ordnen und steuern wollen, Fluchtursachen bekämpfen wollen und so die Zahl der Flüchtlinge reduzieren wollen und dass wir natürlich Menschen in Not helfen. Und das tun wir ja auch in beachtlicher Weise, vor allen Dingen die vielen Ehrenamtler, aber auch Hauptamtler vor Ort, denen ich auch nochmal ein herzliches Dankeschön sagen möchte. Unsere Agenda heißt, dass wir einmal national Maßnahmen ergreifen. Das ist ein ganzes Bündel von Maßnahmen, von Transitionen angefangen bis hin zur schnellen Umsetzung der beschlossenen Gesetze, vor allen Dingen Intensivierung auch der Rückführung von abgelehnten Asylbewerbern und auch Fragen des Familiennachzugs zum Beispiel. Und das heißt, ein Bündel von Maßnahmen internationaler und europäischer Art. Wir brauchen europäische Solidarität, um diese Frage zu bewerkstelligen. Und das heißt auch Verteilungsmechanismen in Europa. Wir brauchen endlich wieder einen Schutz unserer Außengrenzen, einen besseren Schutz der Außengrenzen. Hier muss ganz Europa mit anpacken, wenn ich an Griechenland denke, an die Hotspots. Die müssen bis Jahresende fertig sein. Von dort aus wird registriert, nach europäischen Maßstaben verteilt und auch rückgeführt. Und wir brauchen die Kooperation insbesondere mit der Türkei, um die illegale Migration zu beenden, um die Migration zu legalisieren und die Lasten, die der Türkei auch durch die Beherbergung von mehr als zwei Millionen Flüchtlingen entstanden sind, miteinander zu teilen zwischen Europa und der Türkei. Wenn wir alle diese Maßnahmen wirklich durchsetzen, dann haben wir alle Möglichkeiten, diese schwierige Situation auch zu stemmen. Wir werden natürlich jetzt in dieser Woche noch mit den Sozialdemokraten sprechen. Wir werden eine Konferenz mit dem Ministerpräsidenten haben. Und wenn es eine nationale große Aufgabe ist, dann heißt es auch, dass wir diese Aufgabe gemeinsam bewerkstelligen wollen. Die Union ist dazu bereit und wir werden diese Gespräche auch sehr konstruktiv führen, die jetzt anstehen. Insgesamt wünsche ich mir, dass die Menschen in Deutschland in ein paar Jahren sagen können, das haben die damals gut gemacht und wir haben das schaffen können. Und daran arbeiten wir mit großer Intensität. Ja, meine Damen und Herren, ich bin sehr froh, dass wir uns verständigt haben zwischen CDU und CSU auf ein Positionspapier mit klaren Handlungsaufträgen, Ablaufplänen und Generalzielen. Ich beschränke mich auf drei Generalziele, die wichtig sind und nach denen wir uns auch als hauptbetroffenes Land Bayern seit Geroma-Zeit schon richten. Da ist zuallererst die Hilfe für Menschen in der Not. Ich glaube, Bayern hat hier in den letzten Wochen und Monaten eine Visitenkarte der Humanität für ganz Deutschland abgegeben. Das Zweite ist die Verstärkung der Bemühungen für die Integration zur Vermeidung auch innerer Spannungen in der Bundesrepublik Deutschland. Auch hier haben wir klare Ziele der Integration vereinbart zwischen CDU und CSU und auch die gemeinsame Überzeugung, dass diese Integrationsbemühungen für schutzbedürftige Personen weiter fortgeführt werden müssen, auch verstärkt werden müssen. Und das dritte Ziel ist, wir werden all diese Zielsetzungen nur erreichen, wenn es auch zu einer Reduzierung der Flüchtlingszahlen kommt. Wir haben dazu in diesem Positionspapier 13 konkrete Punkte vereinbart. Ich möchte auch hier nochmal darauf hinweisen, es gibt nicht einen Vorschlag, der sozusagen die Lösung für das Ganze bedeutet, sondern man braucht national wie europäisch wie international ein Bündel von Maßnahmen, um die Reduzierung der Fluchtzahlen zu erreichen. Dies alles ist vereinbart. Die Menschen warten darauf, dass wir dies jetzt auch konkret umsetzen. Und das ist auch unsere gemeinsame Absicht, das zu tun, dass wir eben unsere Ziele durch die Tat erreichen. Ich denke, der nächste Schritt ist neben der Beratung jetzt in der Fraktion, der kommende Donnerstag mit den Ministerpräsidentenkollegen und auch in dem Gespräch mit dem Kollegen Gabriel. Ich denke, wir sollten uns selbst den Anspruch erheben, dass wir uns einigen sollten, vielleicht sogar einigen müssen, damit die Bevölkerung sieht, die großen Partner oder alle Partner, die sind nicht alle gleich groß, aber die Partner der Koalition sind in der Lage, in einer historischen Aufgabe zu handeln. Und deshalb wünsche ich mir, dass wir uns am Donnerstag verständigen. Und wenn dazu die Nachtstunden erforderlich sein sollten, sind wir beide jedenfalls entschlossen, die auch wiederum einzusetzen. Okay, danke schön. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020